TTM TTM, Ihr Fachmarkt für Bodenwand und Fenster, hat immer die besten Angebote. Zum Beispiel hochwertiger Designbelag, schon ab 19,95 der Quadratmeter. Zeitlose Bordürenteppiche in vielen Farben, schon ab 35 Euro. Schicke Jacquard Deko mit Querstreifen, nur 19,95. Und das Wichtigste ist unser Komplettservice von der Beratung bis zur Montage durch unsere Fachleute bei Ihnen zu Hause. TTM bietet einfach alles rund um Bodenwand und Fenster und kümmert sich auch ums Verlegen, Nähen und Dekorieren. So wurde TTM nun zum wiederholten Male der Deutsche Servicepreis verliehen. Zum einen Platz 1 für das beste Angebot und zum anderen gab es ein sehr gut in Sachen Beratungskompetenz. Und die fängt bei TTM schon bei der individuellen Beratung an. Ihr Ansprechpartner im TTM-Markt bietet Ihnen alles aus einer Hand. Daher legen wir bei TTM großen Wert auf kompetente und gut ausgebildete Fachleute. Ich bin seit 1998 in der Firma TTM, habe meine Ausbildung bei TTM begonnen, habe nebenbei ein Studium zum Handelsfahrwerk abgeschlossen. Und die Firma TTM investiert sehr viel in die Weiterbildung und Fortbildung unserer Mitarbeiter, so dass wir alles Gute und Beste rausholen können, um unsere Kunden perfekt zu bedienen. Lassen Sie sich einfach in einem unserer TTM-Märkte von unserem Service und den günstigen Preisen begeistern. Und vieles wird auch direkt im Markt für Sie vorbereitet. Vom Ketteln Ihres Wunschteppichs, über das Nähen Ihrer Gardinen bis hin zu unserem Nice-Service. TTM ist laut Deutschem Institut für Servicequalität jetzt gleich zweimal Spitze. Zum einen ist TTM die Nummer 1 in Sachen Beratungskompetenz und zum anderen die Nummer 1 beim Angebot. Die Mitarbeiter hier in Freiberg freuen sich auf Ihren Besuch. Für ein schönes Zuhause Mit TTM Ihrer Nummer 1 immer gut beraten.